Zehn kleine Millimeter gaben sich die Hand. Das war der Moment, als der Zentimeter entstand. Das war der Moment, als der Zentimeter entstand. Einen Millimeter kannst du gerade noch sehen. Einen Zentimeter kannst du mit den Fingern gehen. Ein Meter ist ungefähr ein Schritt. Und für einen Kilometer nehmen wir das Fahrrad mit. Und für einen Kilometer nehmen wir das Fahrrad mit. Ein Meter Zentimeter gingen auf die Reise. Ihr Puff war einen Meter lang und sie sangen leise. Ihr Puff war einen Meter lang und sie sangen leise. Einen Millimeter kannst du gerade noch sehen. Einen Zentimeter kannst du mit den Fingern gehen. Ein Meter ist ungefähr ein Schritt. Und für einen Kilometer nehmen wir das Fahrrad mit. Und für einen Kilometer nehmen wir das Fahrrad mit. 1001 Meter Busse standen mal im Stau. Der Schau war einen Kilometer lang und sie sangen leise. Der Schau war einen Kilometer lang und sie sangen leise. Einen Millimeter kannst du gerade noch sehen. Einen Zentimeter kannst du mit den Fingern gehen. Ein Meter ist ungefähr ein Schritt und für einen Kilometer nehmen wir das Fahrrad mit. Und für einen Kilometer nehmen wir das Fahrrad mit.